Also ich bin eigentlich Modejournalistin, komme ganz stark aus der Mode, habe das auch die letzten 20 Jahre sehr sehr intensiv betrieben. Ich bin Nicole Adler und das ist meine Wohnung. Also meine Wohnung ist vor allem sehr groß, das ist wunderbar, sie ist auch sehr lichtdurchflutet, das ist herrlich, sie hat einen tollen Ausblick, vor allem im Sommer und gibt Raum, den man füllen kann, womit man auch Lust hat, mit Menschen, mit Kunst, mit Arbeit, mit Musik. Was ich an meiner Wohnung liebe, also sicher die Größe natürlich, also diese Dimension ist natürlich schon etwas hervorragendes und ansonsten liebe ich es eigentlich, dass sie so leer ist. So eine große Wohnung ist auch wirklich schwer zu bespielen eigentlich, weil eine große Wohnung verlangt auch nach wirklich guten Stücken. Licht ist wichtig. Licht ist zum Beispiel total wichtig. Also ich finde Licht, also eine Wohnung kann ja sehr sehr schlicht sein mit ganz ganz wenig Dingen, auch wenn eine Matratze am Boden liegt und so ganz wenige Teile nur rumstehen, kann das wunderbar sein. Aber Licht ist ganz wichtig. Das schlechte Licht macht jede Wohnung kaputt.